Es ist die traurige Nachricht des Tages. Richard Lugner ist tot. Nun äußerte sich auch seine Ex-Frau Kathy Lugner. Richard Lugner ist tot. Ex-Frau Kathy Lugner nimmt mit bewegenden Worten Abschied. Es ist traurige Gewissheit. Baulöwe Richard Lugner, auch Mörtel genannt, ist mit 91 Jahren gestorben. Eine Nachricht, die bei Fans, Wegbegleitern, Promis und Freunden für große Anteilnahme und Trauer sorgt, auch bei Kathy Lugner, 34. Sie war von 2014 bis 2016 mit dem erfolgreichen Bauunternehmer verheiratet. Die Nachricht über den Tod ihres Ex-Mannes trifft die Blondine allem anscheinend nach hart. Bei Instagram teilte sie nicht nur eine bewegende Story, in der sie zu einem gemeinsamen Foto Ich werde dir immer dankbar sein, für alles, was du mich gelehrt schrieb, sondern auch ein rührendes Statement, mit dem sie Abschied nimmt. Du schienst auch für mich unsterblich zu sein. Zu zahlreichen gemeinsamen Schnappschüssen mit Richard Lugner, die ihn unter anderem mit ihrer Tochter Leonie zeigen, schrieb sie, als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre. Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein, so die 34-Jährige. Weiter schreibt sie, dein Engagement, deine Willenskraft, dein Mut waren inspirierend und ansteckend. Ich danke dir von Herzen für die tolle Zeit an deiner Seite, für alles, was du mich über das Leben gelehrt hast. Du bleibst unvergessen, Gott segne dich! In den letzten Jahren hatte Richard Lugner immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, noch im Juli war er am Herzen operiert worden, nachdem er nur kurz zuvor seiner sechsten Ehefrau Simone, von ihm auch Bienchen genannt, das ja Wort gegeben hatte. Am Morgen des 12. August soll der Bauunternehmer laut Krone in seiner Villa verstorben sein.